herzlich willkommen wieder hier zurück bei minecraft letztes mal haben wir glaube ich moment muss kurz auf die uhr schauen nicht dass ich hier die aufnahmezeit vergesse ok 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 heute ist es ein bisschen stressig deswegen nehme ich nur heute nämlich nur 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 8 minuten auf ja aber es macht ja eigentlich nichts wir waren glaube ich hier bei dem bau unseres dach ist für die für das drohnen lager was überhaupt nicht übertrieben ist nein es geht nur alles im rechten sinne ab hilfe morgen also es kommt dann auch eine woche kein stream mehr und wahrscheinlich war ich auch aber schon gedacht warum lädt man es gar nicht nein nein das ist doch jetzt nicht wahr moment moment wurde das jetzt eigentlich mit gespeichert das gibt es doch nicht ich habe heute nur pech Jurassic world also der vierte teil von Jurassic park ist hier draußen ich weiß gar nicht ob ich darüber schon mal gesprochen habe ist aber eigentlich ja ja ich frage mich nur wo dieser blöde creeper kam dann nervt mich habe ich noch kichs dabei nicht mehr viel ja und da gehe ich halt morgen ins kino zu dem film worauf ich mich schon tierisch freue ist ja natürlich der vierte teil von Jurassic park der alte ist glaube ich 22 jahre her weiß ich jetzt gar nicht so genau und ja da freue mich auf jeden fall dann ist noch so etwas von der schule aus so surf camp da war ich bis jetzt auch jedes jahr und da gehe ich dieses jahr auch wieder hin warum haben wir diese halb stufen dinger dahin gebaut keine ahnung da gehe ich wie gesagt auch wieder hin jetzt muss ich halt nur schauen ob ich vor produziere was was ich irgendwie blöd finde weil ich dann alles so zack zack schnell schnell hoppla hoppla die hopp mach und da war ein Fenster das heute 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 ist schlimm ja da muss ich mir halt noch überlegen ob ich wie groß war das ja so da muss ich mir halt noch überlegen ob ich jetzt vor produziere oder einfach so eine kleine pause mache bis ich wieder da bin ich bin da eine woche ich da war warum baut man so zäune ja ja wie gesagt ich bin da eine woche nicht da wahrscheinlich mache ich so ein zwei videos vor in der vorproduktionsphase aber mehr eigentlich jetzt nicht ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher wie viel ich machen werde als wie viel ich vor produzieren werde denn das ist ja eigentlich auch blöd wenn ich jetzt da vor produziere ich hau dann alles raus und dann ist es nicht gut was ja wahrscheinlich mache ich so also allen weg habe ich ja wie gesagt let's play da habe ich ein info video gemacht was ich ja seit neuestem mit eingeführt habe dass ich info videos mache nein nein erde nicht wo war ich jetzt eigentlich gerade mit dem gespräch weiß ich jetzt gar nicht mehr genau bei der produktionsphase ich habe ja gesagt dass ich info videos eingeführt habe allen weg ist wie gesagt vorbei davon kommt keine folge mehr und 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 wahrscheinlich war ich drei was läuft eigentlich noch sind es vier sind sie die fünf und minecraft relativ ist ja auch wie gesagt pause ähm also ich wie gesagt sondern da ist pause und da geht es dann auch bald mit staffel zwei weiter da dürft ihr mal drauf gespannt sein ich bin da auch schon mal drauf gespannt ich habe da auch schon ewig ich habe das seit seit ich die pause begonnen habe nicht mehr gespielt da gab es glaube ich ein einziges update ich bin mir nicht sicher naja naja ähm ja dann baue ich das stückchen berg hier noch ab und ähm ich bin heute so unkontentriert ich weiß ich finde den fragen dort nicht mehr von dem gespräch hier naja ich freue mich aber auch schon auf morgen 3d 3d freunde 3d schau den film da so schön in 3d an und ja vielleicht war ja schon jemand von euch da im kino hat den film angeschaut es läuft aber gerade irgendwie flüssig schön ja ich finde schön äh es spendet die da hat sich auch die performance gebessert ich kann jetzt auf ultra also auf den höchsten einstellungen spielen davor ging es nicht davor hat es immer geruckelt und hier sie die landschaft schon hier ganz anders aus hier vorne mache ich noch so ein zipfelchen weg esse ich und dann gehe ich ins haus und dann oder ich bleibe einfach ne ich bleibe jetzt ich bleibe mal draußen stehen das muss auch mal sein muss mir nicht da immer ins haus verbrechen und die aufnahme beenden das wird dann auch irgendwann mal blöd ähm bekommen dann glaube ich von also ich nehme dann wahrscheinlich ich bin mir noch nicht sicher wenn ich da nichts aufnehme dann mache ich ein info video wenn ich was aufnehmen dann kommt kein info video und dann ist die folge ist eigentlich zack wieder vorbei danke dass ihr zugeschaut habt bis zur nächsten folge bis zum anderen let's play okay und dann bis dann tschüss bis dann tschüss Untertitelung des ZDF, 2020